Der Bruce Adrenalin GTS 14 überzeugt mit seiner Kombination aus Dynamik und Stabilität. Wenn du ihn in dieser neuen Farbe an deinen Füßen haben möchtest, dann bekommst du ihn exklusiv nur in deiner Runners Point Filiale oder hier bei uns im Online-Shop. Unterschiedliche Geschwindigkeiten machen mit dem Adrenalin Spaß und er ist ein flexibler Begleiter für alle Streckenlängen. Die 3D-Fitprints reduzieren das Schuhgewicht und zusammen mit dem Obermaterial gibt der Schuh eine bequeme Passform. Für Stabilität und Bewegungskontrolle besitzt der Bruce Adrenalin eine Pronationsstütze mit unterschiedlichen Härtegraden. Sie gibt dir den nötigen Halt, wenn du in der Abrollbewegung zu stark nach innen einknickst. Das DNA-Dämpfungssystem passt sich deinem Körpergewicht und deiner Laufgeschwindigkeit individuell an. Durch die Flextrakerben im Vorfußbereich ist der Schuh noch flexibler und unterstützt eine natürliche Abrollbewegung. Der Bruce Adrenalin GTS 14 überzeugt nicht nur mit Dynamik und Stabilität, auch seine Optik mit der neuen Farbe weiß zu punkten. Und du bekommst ihn exklusiv in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.